ja hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten let's play folge hier auf unserem minecraft server wir spielen hier heute mal alle zusammen minecraft und mit dabei bin natürlich nicht nur ich der timmy sondern auch die anderen also Ole der das hier Luca und dann drüben läuft Moritz rum und ja wir fangen jetzt glaube ich einfach mal an so gut wie den ersten Baum abgebaut meine Freunde ich sehe noch gar nicht wegen Render Distance ey ich auch hier schöner Baum ja ich schon hier oh nein das Holz Moritz kommt wieder an das ist mein Holz ich war da als erstes ey ihr killt euch schon gleich wieder man verpisst sich doch jetzt du ach ja ja das ist ja schon mal ein sehr guter Start würde ich auf jeden Fall sagen mal von vornherein gleich mal hier die Hälfte fehlt und auch gleich hier schon Selbstmordattentate sind also auf jeden Fall schon sehr guter Start kann man nicht anders sagen ja hier haben wir sonst auch noch eine Höhle ähm wo ist das denn der Kerl weg ja wie soll ich noch Baum 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 aber es lädt gar nicht nach man Traps OP ah hehehehe oh Gott so viele Bäume auf einmal oh Gott nein ich hab zwei Bäume in der Boxe oh Gott ich denke der kann mir hinterher rennen mein Timmy Entschuldigung hmmm jaa Ole hat jetzt schon oh Gott ist die Höhle da runter hat jetzt schon Crafting Table ey Ole gut schon da bist du zum Canyon ja doch egal ja 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 alles Taktik dass ich hier einen schlechten Start habe meine Workbench Mann lass mich da was hinbauen danke hier ist die Cloud ey auf mich zu schlagen du Spasti hör doch auf Mann hör doch auf ich geb sie dir meine Workbench das ist nur behindert ohne Witz was soll das schon wieder ja also man sieht wir haben einen sehr positiven Start gleich erstmal 30.000 Morde wegen Holz nein Workbench der missbrauchte Workbench der missbrauchte Workbench Holz und sonst was geklaut geklaut ist sie dumm wenn du die abbaust ja weil ich die mitnehmen wollte oh Gott ich bin ohne gefallen auch doch nicht oh hier ist ein Canyon Befrug ach wirklich hat Moritz doch eben gesagt na ich hab Hunger jetzt schon oh Gott Gott ist weg von mir ich merke es generell immer von daher stört mich das jetzt gar nicht dass ich jetzt nur verschieden 20 FPS habe drei Holz oder so ungefähr es springt auch ein Holz ja wenn du mitkommst durch jetzt du wirst du wirst du ich hab ja schon ein Haus ich hab ja schon eine Villa gebohrt mh klar wollen wir zusammen ein Haus bauen oder jeder sein eigenes ich würde sagen erstmal zusammen ein Gruppenhaus und dann jeder sein eigenes ja ach was von allerlei ja wo bist du denn ohne na ok wenn ihr wollt ich ducke mich gerade da ist ja aber ich stehe ja so auf Minecraft WGs aber das hat mich überpfingelt ja ja keine Ahnung was ich auch nicht ich kämp' ja auch noch bei dem Ball ich stehe auf Orgien was gehört zu auf WGs ja ok das ist alles richtig verlaufen mach dir keine Sorgen Luca ich bin auch noch irgendwo um irgendwo oh nein man weiß ach sorry warte komm mit Moritz wir müssen kurz hoch ich wollte gerade was bearbeiten ne ja komm mit wo seid ihr wo seid ihr ich seh euch nicht ich werde das Spiel machen wollen wir eigentlich mal ein Let's Battle oder so machen da hab ich auch viel Bock drauf alter ich kann das erstmal ein Let's Play machen wovon wir ein Let's Battle machen schon mit Moritz ja Leute also dann wisst ihr ja schon was jetzt in den nächsten Tagen auch noch online kommen wird ihr hört es gerade in den nächsten Tagen auch noch ein Let's Battle mit euch schon mal drauf freuen schon mal klar brauche ich noch schnell in der Arena und dann ne 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 Spawn alle laufen los haben 10 Minuten Spawn-Schutz oder so die erste Folge oder ich glaube wir auch eine Folge machen ja danach wird ordentlich auf die Fresse gehauen ja da gibt es natürlich dann auch mehrere vorgefertigte Spielmodi wie zum Beispiel Hangar Games oder eben The Walls da gibt es vier Ecken jeder baut in seiner Ecke eben seinen eigenen Kram auf und nein also es ist eine Karte die ist in vier Ecken geteilt also vier Viertel und da baut man dann eben seinen Kram drin und nach 15 Minuten fallen die Wände runter und man kann auf die anderen losgehen Los 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 Loslos wo seid ihr denn? Ja Frage ich mich auch gerade na aux ahí es ist erstmal alles nachladen od u und ich bin schon hier so fed an dem Plan na wie sind eure Koordinaten ehrlich lasse euch mein�� Ni Blanchol Hunger Games schluss ihr Film ist scheiße ich hab von gestern geguckt ich find das Buch wesentlich besser er ist echt scheiße labert mich nicht schuld der Film ist scheiße ja da wo ich das Buch beide gelesen haben und er ist nur seit dem und er ist nicht ausgebaut so aus der Kölner hat er lacht in der Nacht er ach hier wirst du hinter dir ohne Häuser der drüben ist ein Schwein großen Schwein die Dänen ich hab heute aber das ist natürlich gut für euch ich bin hier bei den schweinen ich habe gerade mal spontan zwei gekillt jetzt kommt ein drittes schweines so jetzt sogar kloppt die hühner die seht ja auch immer welche tätschen wenn ich ein höllenportal baue ich habe so viel das war ein schweiniger du hast heute noch in der schule gesagt morgen musst du unter Umständen krank du hast dich auch irgendwie ziemlich krank angeraten kust kust ganz unerfällig Moritz das meine Crafting Bank Rockbench geklaut das heißt nein hast du Hunger habe ich die stehen lassen gerade mal was ich gefunden habe Pferde ich habe schon wieder ich habe ein Pferd ich habe ein Pferd und Ull hat einen Ofen nee wie war das hier so sollte ich denn machen genau ich hatte mein Tühnchen Braten und geboren wir hier ein Haus oder wollen wir zwar abseits von den anderen aber ohne wir haben zusammen oder wollen wir uns alle zusammen oder wollen wir an einer Stelle bauen oder ich meine es alle an einer Stelle bauen oder ja Frage ist wo sind die anderen x-150 y-500 ich habe ein Pferd für mich geherzt 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 also geherzt geherzt wenn wir das nicht sagen wortschliches Handwerk was heißt das was heißt das wortschliches Handwerk hast du irgendwas was ähm stelle eine Werkbank aus vier Holzbrüssen hier oh gelegt bei mir deswegen hab ich deinen auf dem Cloud oder ne übrigens naja schluss aber hier ist selber eine Arbeit mhm hm hm Luca ey so ein dreistes Kind geht erstmal ohne Werkbar ist natürlich ganz schön dreist jetzt bist du getötet alter jetzt bist du getötet es leckt nein mein Pferd nein wo bist du Pferd ja oder warum beschwerst du dich an da und wenn es lag bei mir lags am laufenden Band dafür entschuldige ich mich übrigens jetzt schon mal ähm auch wenn das Video noch lange nicht draußen ist aber mein PC ist einfach scheiße richtig gar nicht ja ohne schon den Erfolg zu den Waffen dann ist die Fall gleich Matschepamper oh was soll denn das jetzt schon wieder los mein Haus ich hab gesagt er soll sich verpissen er kommt trotzdem her er kann doch wohl die Werkbank benutzen wie sie sehen nicht hört man das man das ist nur die Werkbank das ist jetzt ja nicht irgendwie uaaaaa dass er deinen Ofen ausgeräumt hat oder so nun Luca im Prinzip ist das für momentan noch meine Truhe so komm ich will die ganze Erfolge FULK was ist dein Kuhschubser für ein Erfolg? ach ich schon schön er ist klar sammle etwas aus Leder so das ist ein Kuhschubser eigentlich hört man das bei mir im Hintergrund ich weiß ja wer seid ihr eigentlich ich hab grad schon mal ein Pferd ich würde ja sagen ihr habt kein Pferd aber ihr habt kein Pferd ich bin bei Oles House geht das schon Nacht? Wird schon Nacht? ey ich hab noch mal oh hier noch mehr Pferde ist hier krass und dunkel ich sehe oh ich sehe Timmy Timmy was das wird es wird schon nacht shit ey Timmy ich hab Pferde gefunden ne äh oder ich würde sagen über Nacht noch nacht bei dir erstmal alle bei hm der Rest irgendwie sonst ziemlich arsch ey Jungs ich ist auch hier direkt hier im Dreck Pferde vor Augen ne wo hier bei mir rendert das auch wohl doch das Geschmack bei mir rendert das auch wohl doch das Geschmack